Übungssatz 3 für Integrationskurse. Ich arbeite viel und komme immer sehr spät nach Hause. Am Wochenende ruhe ich mich aus. Und wenn am Abend ein guter Krimi im Fernsehen kommt, bin ich glücklich. Wir spielen jetzt mal ein bisschen Party. Party, verstehen Sie? Party? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Wenn du eine Arbeit suchst, dann sollst du jede Woche ... Dann solltest ... So ist es? Solltest ... Haben Sie ein bisschen Ahnung von der deutschen Küche an sich? Können Sie ein Eisbein kochen? Können Sie ein Schnitzel panieren? Flopse machen, Kohlgelade. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wer soll das lesen können, wenn du deine Prüfung schreibst? Noch neu. Zeit ist ... Hier ist ein junger Mann. Dieser junge Mann macht nicht alles richtig. Du musst die Gesetze sehr richtig einhalten. Man darf nicht die Dokumente wegwerfen. Man muss alle offiziellen Briefe lesen. Man muss sauber nach seinem Hund machen. Können Sie sich vorstellen, warum wir Sie anhalten, Herr Doktor Schnöbel? Mensch ... Weißt du, was ist mein Problem? Du. Du und deine ... Musik. Wir sind neu hier. Wir kennen uns nicht. Die Denkstätte Berlin-Konferenz.